Wie kam denn jetzt die Zusammenarbeit zustande? Vor vielen, vielen Jahren, weil er ist jünger als Lüttrenker, ich bin älter als Lüttrenker inzwischen, ich bin einer der wenigen, die den Mann überlebt haben und ich fand den Lüttrenker toll und ich finde die Lüttrenker-Klamotten deswegen toll, weil sie eben nicht irgendwelche Seppelmoden sind, das ist so einfach alles mit Grün und Gamsbart, sondern das könnte auch Carnaby Street sein, eine Zeit, in der ich groß geworden bin und das ist eben das Savile Row meets Südtirol und das sind wir beide. In Zahlen ausgedrückt, 1998 tauchte irgendwo Thomas in unserem Show mit München auf und gesagt, was macht ihr da? Lüttrenker war ein cooler Typ, was macht ihr da? Wir machen Bekleidung und diese Freundschaft ist bis heute aufrecht und diese Unkompliziertheit macht uns auch Freude und so leben wir das. In einer Zeit, wo natürlich Leute als Influencer in irgendeiner Form da irgendwelche Klicks abrechnen, wir beide haben uns gefunden, ich habe gesagt, eure Klamotten sind gut, er hat gesagt, ich finde die gut und das muss reichen. Ich bin kein Schnorrer, der sagt, ihr wollt ein Zeitraum, er gibt es mir und ich trage es im Fernsehen, also das gibt es bei uns nicht. Wenn ich was gut finde, dann trage ich es, weil es mir gefällt und wenn es mir nicht gefällt, dann kannst du mich zuscheißen mit Kohle und ich trage es nicht. Ja, das finde ich gut. Aber genau das macht ja unsere 23-jährige Freundschaft aus, also dieser Respekt voneinander und diese Unkompliziertheit. Und Thomas ist unkompliziert. Deswegen, ich habe so viele komplizierte Menschen in meinem Leben getroffen, dass ich gesagt habe, ich will keiner davon werden und ich sehe einfach toll aus in den Klamotten, das muss man einfach sagen. Also wenn er nicht Carina getroffen hätte, hätte er mich genommen. Du bist ja ein Mode-Fan schlechthin, oder? Ja, immer gewesen, wobei ich mich immer ungerecht behandelt fühle, wenn man mir sagt, er zieht jeden Scheiß an, ich weiß genau, was ich will. Und ich habe Kostümbilderinnen zur Verzweiflung gebracht, die haben mir irgendwelche Flitterklamotten gebracht. Ich war nie Liberace, ich habe mich nie als Pfau angezogen und nie als Depp. Ich habe heute Sachen auf Fotos wiedergesehen, die ich heute nicht mehr anziehen würde, aber sie haben eben in den 70ern gepasst. Und Linda Evans von, was war das, das war nicht Dallas, das war Denver, genau. Die hat auch Sachen angezogen, die sie heute nicht mehr anziehen würde. Aber das waren einfach, those were the days. Zu diesem Thema kann ich dazu erzählen, dass wir uns, 2010 ruft mich Thomas an, Michi, ich bin gerade in München, brauche wieder was. Thomas, morgen, ich bin um 10 Uhr im Laden. Also Südtirol, 280 Kilometer, München, okay, 10 Uhr war ich da, pünktlichst mit Taxi angereist. Thomas, dann zieht er sich bis auf die Unterhose aus und sagt, geh mal her. Ich stehe davor, Gerhard, mein Jobpartner, stand da und sage, was macht er jetzt? Ich sage, er kleidet sich ein, Thomas, und wenn hier eine Kamera wäre, scheißegal. Er hat alles durchprobiert, zwei Stunden alles durchprobiert, hat er hingelegt. Michi, das würde ich da anziehen, das würde ich da. Machen wir einen guten Preis. Ich war verliebt. Ich habe einfach auch Freude an Mode, weil Männer leider ja im Grunde versagen, was Mode betrifft. Er nicht, also er ist eine der wenigen Ausnahmen. Ich würde diese Socken nicht anziehen zu den Hosen, aber er darf das. Das ist Kultur. Das ist Kultur. Der Südtiroler kennt doch nichts. Nein, nein. Unsere Großväter sind so rumgelaufen. Ich erzähle eigentlich die Geschichte unserer Großväter, nicht nur von Louis Trenker, sondern wir leben, das einfache Leben in den Bergen und den Stil der Berge dieser Zeit und den trauen wir hinaus in die Modernität. Das sieht man auch, die Sachen sind irgendwo klassisch. Wir sind klassisch, oder Thomas? Wir sind klassisch und wir sind auch klasse. Klassisch, stimmt. Aber du hast schon immer für dich selber einen gekauft. Es war nie so, dass du gesagt hast... Nein, nein, nein. Also diese Männer, denen die Frauen den Koffer packen und die dann die passende Krawatte zum passenden Hemd draus legen, dafür habe ich kein Verständnis. Also ich habe meinen Spaß daran und wenn ich nicht den Eindruck habe, ich kann was kombinieren, seine Sachen kann man ja auch gut kombinieren. Also er ist ja niemand, der irgendwo sagt, du musst aber dann durchgestallt sein. Die Carina hat heute einen... Carina, zeig mal den Gürtel. Den Gürtel. Weil wir einfach sagen, es muss ja nicht durchgängig Louis Trenker sein. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist etwas, der hat ja nie gesagt, ziegst du meine Sachen an. Ich meine, dieser Druck, dass man irgendwie Gefälligkeiten schuldig ist, das kenne ich nicht. Und das Problem, das ich ein bisschen mit ihm habe, ist, ich habe natürlich Klamotten, die aus einer anderen Kollektion sind, die mir immer noch gefallen und wo ich sage, ich ziehe das gnadenlos an. Wenn ich also jetzt hier irgendein bezahltes Model wäre, dann müsste ich immer alles wegschmeißen. Das bringe ich gar nicht übers Herz. Also ich habe da von dir so einen karierten Anzug, dieses Hell mit dem Schwarz. Weiß-Schwarz, das ist cool. Ich kann nicht einfach sagen, das ist out. Eine Szene out wie so 2010. Ich habe gerade eine Westenacht bestellt, da haben sie mich beschissen, die gab es in meiner Größe nicht. Die habe ich gerade an einer Dame gesehen, jetzt muss irgendein Südtirol wieder eine Oma häkeln, aber das ist okay. Bist du denn noch jemand, der Sachen recycelt? Wie machst du das? Wenn du irgendwann sagst, ist es genug? Nein, ich muss vor Ort aufpassen, dass ich nicht selber recycelt werde. Ja, also der Stil ist toll und herzlichen Glückwunsch zu eurem Bestehen. Und ihr habt ja ein super Testimonial hier. Er ist nicht ein junger Mann. Absolut. Doch, doch. Und für uns beide ist es wirklich unkompliziert. Also wir respektieren uns und respektieren die Zeiten und die Möglichkeiten und deshalb funktioniert es auch. Ja, vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke.